So, am ersten kommt jetzt Da ist eine Eisbahnrasse Da haben wir die Gäse Und die Gäse Fälle zu Fälle zu Die Gäse Da sind die Zerb und die Gäse Da sind die Zerb und die Gäse Zwerb und die Zerb und die Gäse Da sind die Zerb und die Zerb und die Gäse dauernd wir hier das Bessie ja, aber hier haben wir schon konfirmative auf den Bühnen und hier und hier Eigentlich erwarten wir da nichts Besonderes, aber so richtig so eine saubere Stadt können wir überhaupt nicht erwarten. Wir lassen uns überraschen und wenn wir hier zu trinken haben wir hier links haben wir Pizzeria Colobano, Pizzeria Colobano. Klaas, Spießkörner wäre aber rechtzeitig. Können wir auch was essen, aber heute ist eben der Pfeidendöner, der Pfeidendöner. Auch eine große Auswahl, aber heute wollen wir doch mal Hygienes essen. Und das ist mit dem Pfeidendöner dran, das andere da. Das ist der, die hier, die, wo man da oben ist, der, die, 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 die auf der Deckeleinern und sonst woher. Jetzt fahren wir nach Kamen. Rechts. Am Zentrum. Das passt ja. Kamen ist bestimmt. Was haben wir denn hier noch? Der Pfeidendöner 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 Pfeidendöner. Das wollen wir alle. Und das können wir nicht erregnen. Ich erregne das. Das hat natürlich auch so einen Vorteil. An uns auch wenn ich alles. Kopf und zwei Sembra. Kopf und zwei Sembra. Geradeaus ist Zentrum. Also wir sehen den Ab. Das ist schon ein bisschen komisch hier. Die Tränkeoase. Muss es denn die Tränkeoase sein? Kann man da nicht irgendwas anderes zu sagen? Ich würde das doch irgendwie anders nennen. Ich würde einfach die Tränkeladen entscheiden. Weiß man, das ist eine Art der jetzt normalen Tränke. Die Tränkeoase. Ja, und sicher. Kann man das nicht so nehmen. Kann man nicht so sein. Oder so eine Ente. Die Tränkeoase. Hier am Ende. Ja, ich bin erstaunt hier. Was sich hier abspielt. Und jetzt steht sich eigentlich nichts. Das ist am 2.000. Nichts. Ich trage da nichts. Kante. Ja, wir machen einfach mal. Jetzt einfach berechnen wir auf. Erzählen mal die Deutschen hier. Und durch 4 sind wir schon. Das ist aber da. Da in der Rufendöne ist links. Und Fetten.de ist auch da. Ja. Die Tränke müssen auch ein bisschen rausnehmen. Ja, ist eigentlich ganz interessant hier. Da hinten ist Kiosk XL. Ein ganz kleiner Kiosk. Ja, wir zählen die Deutschen. Wir haben jetzt vier Deutsche gefunden. Und das ist auch gesund so. Das finde ich gut. Alles. Was es ja auch noch gibt. Man kann auch notfalls. Aus Amerika noch welche holen. Da gibt es 50 Millionen Deutschstämmige. Die kann man dann auch noch. Wieder zurückholen. Und dann geht die Rechnung wieder auf. Wenn man dann die Vielfältigkeitsrechnung erstellen möchte. Denn Vielfältigkeit benötigt man mindestens ein Heimischen. Sonst wäre das ja nicht vielfältig. Ja, und dann... Wie viel Städte tut das hier? Weiß ich nicht. Oder 5.0. Bestimmt nicht. Ja, und hier zum Beispiel... Wir sind immer noch bei 4. Das ist ab. Dann kriegst du die Tür nicht dazu. Kann man sagen. Ganz spartlich. Jetzt sind wir bei 6. Das ist doch ein wenig geworden. Da haben wir zwei gefunden. Rechnige... Typische... Rechnige Gäne. Ja, das ist... Ja, das ist... So muss ich sagen. Interessant hier. Ne. Ne, ganz nicht so. Ne. Jetzt fahren wir rechts an. 6. Ah, 6 Stunden. Ne. 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 Da ist geradeaus ist... Äh... Die Kirche noch. Wollten wir doch mal hinfahren. Das ist erstmal hier aus. Da ist die Kirche noch und... Da müssen wir eigentlich mal hin. Mal gucken, ob die schon angeschmort ist. Denn... Da darf man es nicht vergessen. Hier... Ägypten und so. Da haben sie das. Okay. Angeschmort. 40 Stück. 40 Kirchen. Achso. Wir müssen da hin. Eigentlich müssen wir geradeaus. Können wir das noch machen? Ne. Falsche Spur. Lassen wir mal hin. Kommen wir da zurück. Wollen wir auch so drehen, dass das Rocker laufen. Da geht es geradeaus. Hier überall mit Sampeln. Ja, das war in Ägypten jetzt 40. Die nennt sich die noch. Jetzt 40 Kirchen angestellt. Von den Koppen. Vor der Roller. Mal gucken, ob das hier... Weiter nur für Kaiser vom Gärmsen. Gärmsen war das auch so. In der Schweden, was ist denn hier alles los? Krass, das ist ja echt gut. Na ja, gut. Wir gehen jetzt erstmal da links, zwei rechts rein. Wie das hier geht. Wie das hier geht. Ha. Haben wir das auch ähnlich. Ist auch die Tür nicht mehr zu. Ja, ich glaube wir sind total verkehrt gefahren und müssen jetzt gegen rechts rein. Pauluskirche. Lass uns mal hier rein fahren. Pauluskirche, willkommen. Rundfunk. Aber wir wissen nicht, dass sie da auch mal nicht fahren will. Achso, das ist hier so ein Einwandstraßensystem. Ja, hallo. Ja, kümmer da geradeaus? Ja, gefahren. Lass uns mal da links fahren. Einwandstraßensystem. Hau. Selvia. Ja, wir wissen alle das wir machen. Wir haben wunderbar. Viel Spaß dabei. Das ist Hau. Das habe ich hier in rechts. Restaurant Istanbul. und dann lasst uns Lass uns links abrufen Wir dürfen mal links abrufenweise Rechts kann man gucken Da ist ein Münster und weggerufen Ok, geradeaus Da hinten ist auch noch was Ja, das kann man erst mal nehmen Ok, dann eine was ungeheizt Fahrzentrum Foto kann man reinfahren Ja, ausgesehen werden Noch mal einen Versuch Wenn wir schon den haben sind Ja, das ist Pierre Ja, wir machen hier mal kulinarische Kontrolle Mal gucken, ob es hier auch genug zu essen gibt Das ist wohl der Marktplatz Und dann fahren wir erstmal geradeaus Ah, speck das Nice man Dann müssen wir rechts rum Hier ist ein Bus Ja, fahren wir rechts rum Hier haben wir die Pauluskirche Die ist nochmal richtig Und die ist noch nicht angeputzelt Das wollen wir recht nicht hoffen Aber wir müssen auch nochmal Darüber reden muss man ja dürfen Einfach können auch Denn in der Kirche steckt man nicht einfach Ja, das soll man nicht Ja, das soll man nicht Ich sehe etwas anders Und du steht auf dem Plakad Jetzt fahren wir nochmal rechts rum Ja, und Chattanooga-Platz Chattanooga-Platz Chattanooga, das bei wie in der Karichweg Ja, geradeaus Jetzt können wir den Karichweg Und die Kastien verzogen Und jetzt nochmal die kaputten Bekehrschirm X Das höchste Pferd Kommt wir erstmal hin Jetzt können wir geradeaus Okay, geradeaus links Ja, ist hochinteressant Was sich so alles abspielt hier Und Ich finde das auch gut Ich finde das auch nicht gut Hier Okay, müssen wir das ein bisschen bemehren Ja, süß Wo sind wir In 63 Ja Oh, jetzt müssen wir es noch finden Ich lasse erstmal geradeaus Das passt Das passt Ah, das passt Hier ist die Agentur für Arbeit Das muss ich dann informieren Pause Das passt 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 Und haben Das ist auch ein Das ist auch eine weichliche Anzahl Alles gut Zum Ordnung hier Ja, um die Vielfältigkeit Ja, auch sicherzustellen, dass wir noch einen solchen hier haben. Wenigstens, und wir haben schon viel mehr hin. 21. Was habt ihr denn noch, was wir essen? E-Scrave. Hier im Kleinkopf, oder was das hier ist. Ja, so ist das in Hamm hier. Interessant. Interessant, Leute. Vielleicht sind ja alle in Deutschland noch nicht ausgekauft, weil das nicht geht. Super. Aber noch zwei SS23. Das ist ja schon ganz wichtig. Es summiert sich runter. Klein bei klein, ne? Ja, jetzt haben wir noch was zu tun. Jetzt, so. Jetzt haben wir noch was zu tun. Jetzt sind wir noch 25. Da, dann in die Küche. Mal gucken. Heute ist ja ein indigenes Essen auf der Speisekarte. Wenn es denn das gäbe. Mal so sagen. Jetzt in der Südor. Jetzt hab ich erst mal vorgestern gegessen. Da hat er das Reichdorf. so super praktisch südlich Richtung Berg achso, süß ja, da werden wir zurück dürfen freuen wir nicht jetzt müssen wir die langsam vorarbeiten so jetzt haben wir schon 25 mal Pärchenweise hier das Pärchen Tag kommen wir noch auf 30 glaube ich und auch ja das wollen wir so sagen 28 wir lassen es gerade auch skaten ok dann ist auch schon Schluss mit das heißt wir schaffen keine 30 28 25 in der Zeige hängen mir ist hier nicht ja, hier riecht das Bein der Grill und so was und Schaffleisch dann für auch mal Schafe noch ne noch ne 31 ja da haben wir uns mal nochmal heimschlucken so, die haben wir dann auch so kurz wir können ja nie gewonnen können die aber jetzt sind wir noch aber jetzt sind wir noch fern von der Straße 63 und und aber nicht mehr die Möglichkeit von 2 zu sehen hier ist McDonalds hier ist McDonalds will ich auch nicht nehmen ah ne, ist das Amerika und jetzt wenn man streng einheimische Küche möchte dann geht's nicht so, hier sind wir entsammelt vor allem die Dinger hier oder Pizze und das ist ein Pizze mit einer Saugel mit einer Saugel Internationales Stehen kaum so sehr Oh, das ist mit der Nationalen Stehen und so Ja... Das ist warm Ja... Das war geradeaus Stärksam Für alle dauerliche Glitzer Da noch ein bisschen Wärme Ja, das haben wir in unserer Zählung 28 20 bereich Und das ist so Ich weiß nicht, aber immerhin 20 Und das bewerten System Und 1 bis 10 Ja... Das 10 ist das Schreckeste 1 ist das Beste 2 Und das muss ich heute leider Keine 9,4 geben Ja... Und hier Für eine schöne Kirche gab das 6 und 6 9,6 Plus 9,6 9,6 9,6 Und 9,6 9,4 Das ist eine subjektive Einschätzung Da kann ich Es hat nichts zu sagen Wenn du gerade rein kommst Dann findest du toll Und so Ich finde Da ist irgendwie noch was zu verbessern Ja, wir fahren Geradeaus oder Rechts Aber auch rechts Das war so zusammen Das war so zusammen Nein, nein Das war so zusammen